Willkommen bei der nächsten Folge Ethic Music hier in meiner kleinen Gitarrenwelt. Diesmal möchte ich euch die Fee vorstellen und zwar ganz puristisch. Einfach nur Mikrofon, Gitarre und Gesang und ab ins iPhone. Ich hoffe es gefällt euch. Wenn es das tut, schaut bitte bei ihr auf der Seite vorbei. Macht Musik, habt Freude im Leben und bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Jetzt ist es ruhig, was war das wahr? Deine Tochter in der Schweiz, sie will dich nicht mehr sehen. Du hast ihr tausendmal geschrieben, wie es ihr wohl geht. Es wird auch nicht leichter, solange du Angst hast, dass du nicht reinpasst. Wie ein Kämper.